herzlich willkommen leute zu meiner eintracht show ich möchte ganz kurz sagen für mich wird ein traum war willkommen bei im herzen von edel viele die jetzt nicht wissen die vielleicht mit der eintracht nicht nicht so verwachsen sind wie ich die wissen es nicht aber die die offizielle stadionhymne der eintracht heißt natürlich im herzen von europa und in diesem fall soll jetzt diese sendung hier im herzen von edel denn da da wohnt die eintracht neben vielen anderen sachen wie zum beispiel euch dem chat wohnt aber natürlich im herzen von edel auch die eintracht ich habe sogar hier feierlich dieses alte angezogen und ja möchte an dieser stelle natürlich meinem sponsor danken der das alles wie möglich gemacht hat das ganze ihr seht es hier unten jetzt ist meine fingern seht ihr mein finger nicht hier unten powered by pepsi max oder wie sie ab januar heißen powered bei pepsi zero zucker und vielen dank dafür das ist natürlich auch ein offizieller eintracht sponsor und vielleicht ganz kurz zu der story wie das zustande kam denn tatsächlich habe ich die angeschrieben beziehungsweise die hatten mir irgendwann mal so ein päckchen geschickt mit so eintracht stuff ein trikot war dabei und so eine hier diese dose diese eintracht dose und dann habe ich direkt den fabian krane geschnappt habe gesagt hier pitt stehen doch mal ein eintracht format sagt den doch mal hier ich hätte bock was zu machen so haben die da nicht bock drauf und so kam das zustande und dann haben die gesagt ja dann lass mal hören was du dir vorstellst und dann habe ich das ja den vorgestellt ja ich laber ich laber dann eine stunde über die eintracht und das das ist eigentlich das konzept haben sie ja deal machen wir und jetzt bin ich hier mit im herzen von ede und freue mich sehr weil die idee gibt es natürlich schon länger in mir also ich habe schon lange drüber nachgedacht sowas zu machen ihr kennt es ja vielleicht aus bundesliga und so da muss man sich immer kurz halten und da werde ich auch dann häufiger gern mal kritisiert dass ich zu ausschweifende monologe halte zum thema eintracht das ding ist halt zu eintracht kenne ich mich halt aus da kann ich halt viel zu sagen weil ich das halt wirklich tagtäglich im prinzip von morgens bis abends verfolge das thema und wenn man dann bei den ganzen anderen themen dann da so sitzt und immer nicht so viel besagen kann dann freut man sich natürlich wenn man dann mal irgendwie was auch zum thema sagen kann wo man sich tatsächlich ein bisschen auskennt ich muss sagen meine liebe zu eintracht die herrscht natürlich zum einen davon dass ich gebürtiger frankfurter bin ich bin in frankfurt innenstadt groß geworden ich bin früher turnen gewesen beim kindertouren schon bei der eintracht beim alten milos auf dem öderweg war ich schon in der eintracht turnen ich habe später basketball gespielt bei der eintracht leider war ich nicht gut genug um dauerhaft dann bei der eintracht basketball zu spielen aber ich habe also ich würde mal sagen so ein fast ein jahr bei der eintracht dann mittrainiert bis ich aussortiert wurde weil aber da muss ich auch zu meiner verteidigung sagen möchte ich möchte ich vielleicht ganz kurz sagen und damit diese geschichte nicht falsch in die geschichtsbücher eingeht ich bin ja in ich bin ja jahrgang ende 78 ja also ich bin ja dezember kind 78 und ich weiß nicht ob das heute noch so ist aber damals ging das nach jahrgang das heißt die b-jugend war jahrgang 78 damals und die a-jugend war umgekehrt die die a-jugend war jahrgang 78 und die b-jugend war jahrgang 79 und ich wollte mit meinem kumpel david und den ganzen anderen kumpels von mir wollte ich in der b-jugend spielen aber david ist im januar 79 geboren ich bin im dezember 78 geboren uns trennen eigentlich nur drei wochen oder vier wochen trennen unsere geburtstage aber das hat ausgereicht dass ich bei der a-jugend spielen musste und er bei der b-jugend jetzt ist das so damals ich weiß gar nicht a-jugend wie alt ist man a-jugend b-jugend ist das wisst ihr das noch 14 oder so 13 14 15 irgendwie sowas da hittet natürlich die pubertät unterschiedlich und bei mir hat die pubertät vor allem noch gar nicht gehittet und naja so war es dann halt so dass ich dann einmal dann zum a-jugendtraining gegangen bin und die waren da halt alle irgendwie 1 87 und ich war irgendwie 1 60 und das war halt schwierig sich da durchzusetzen und deshalb hatte der trainer dann da natürlich da hatte ich wirklich das war bei der eintracht schon sehr professionell die haben dann da die die spannweite genommen und du musstest hoch springen gucken wie hoch du kommst und so weiter und ja das hat dann einfach klar ich war jetzt das ist nicht nur die größe auch skill technisch waren die mir einiges voraus aber das waren einfach schon ja junge männer und ich war noch ein knabe naja das war auf jeden fall dann war ich beim eintracht eishockey was viele nicht wissen ist dass die löwen heute die heutigen löwen früher mal lions der eishockeyverein in der del in frankfurt früher die eintracht eishockey abteilung im prinzip war und ich hatte damals eine dauerkarte für eintracht eishockey damals noch mit kapitän roger nicholas ich habe die eishockey schläger gesammelt ich war immer da ich war richtig richtiger eishockey ultra bei jedem spiel teilweise auch auswärtsfahrten mitgemacht also richtiger krasser eintracht eishockey fan dann haben sie hat die eintracht die eishockey abteilung geschlossen die eintracht hat die eishockey abteilung quasi nicht ausgeglichen sondern einfach gab es da nicht mehr insolvent quasi gegangen und dann sind die frankfurter löwen entstanden und ja und dann bin ich halt auch logischerweise mit eintracht fußball in kontakt gekommen wenn du in frankfurt lebst oder im umkreis von frankfurt dann ist die eintracht allgegenwärtig egal ob du in eine pizzeria oder einen dönerladen gehst in eine kneipe oder überall siehst du das eintracht den siehst du eintrachtwimpel eintracht pokale mein opa hatte bei der eintracht tennis gespielt der hatte auch so also irgendwelche alten goldenen eintracht pokale eintracht 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 irgendwie würde es wurde ich da als kind krass indoktriniert was das thema eintracht angeht und ja jetzt ist es soweit jetzt bin ich hier auf twitch live habt die eintracht handcreme mit ringelblume ringelblumextrakt für sensible haut und kann jetzt ohne unterbrochen zu werden über die eintracht labern ja und die eintracht ist meine große leidenschaft manche würden sagen es ist schon ein bisschen zu extrem wie viel zeit ich damit verbringe mir sachen über die eintracht anzugucken oder durchzulesen es ist tatsächlich so dass ich mir so ziemlich alles was es gibt angucke ich gucke mir wenn es auf eintracht tv trainings sessions gibt gucke ich mir die komplett an ich gucke mir jedes interview an ich gucke mir jedes test spiel an ich habe glaube ich in den letzten würde ich sagen 15 bis 20 jahren vielleicht drei eintracht spiele nicht gesehen und das inkludiert test spiele also ich habe glaube ich wirklich fast alles gesehen was gibt und wenn ich nicht live geguckt habe ich nachgeholt ich habe sogar als ich meine frau kennengelernt habe habe ich ihr gesagt können über alles reden aber am wochenende gucke ich eintracht und das ist auch bis heute könnt ihr sie fragen könnt ihr nicht weil ich jetzt nicht reinholen aber ist auch tatsächlich so ich habe das wirklich so durchgezogen meine kinder respektieren dass mein sohn hatten schild an die tür gemalt hier in diesem raum darf nicht geschrien werden es sei denn es spielt die eintracht keine ahnung was ich damit auch immer kompensieren mag das loch in meinem herzen es wird für die für die für die eintracht oder mit der eintracht gefüllt es liegt vielleicht auch ein bisschen daran dass ich seit über 22 jahren nicht mehr in frankfurt wohne und ich habe darüber auch sogar mal eine kolumne auf der eintracht seite geschrieben dass die eintracht so für mich vielleicht so eine connection nach hause ist so dieses heimat verbundenheitsgefühl ist vielleicht sowas ich bin kein psychologe es ist auch egal am ende des tages ist die eintracht in meinem herzen schon immer gewesen und ich habe viele ups und downs miterlebt und ehrlich gesagt ist momentan auch diese saison auch die letzte saison eigentlich im prinzip seit der seit dem gewinn des dfb pokals 2018 ist die eintracht auf einer erfolgsspur gelandet glaube alle eintracht fans die jetzt zuschauen und die im chat sind werden dazu stimmen damit hätten wir niemals gerechnet also das ist einfach es ist komisch wenn man leute trifft die die eintracht erst seit ein paar jahren verfolgen auch gerade jüngere leute oder so die denken alter die eintracht was ein voll der krasse erfolgsverein und ja ihr mit der eintracht ihr habt immer so ein glück und habt immer so geile transfers und so weiter und ich muss immer lachen weil ich denke es fühlt sich teilweise noch so surreal an weil wir halt alles andere als erfolgsverwöhnt sind ich bin mit der eintracht viermal abgestiegen seit ich die eintracht verfolge innerhalb teilweise kürzester zeit und ich habe ich habe so viel kram erlebt von den 90er jahren von wo es dann so auch anfing dass ich mich für fußball interessiert habe also die zeit mit gaudino kocha jeboa bein und so weiter und ich habe damals halt das alles live mitgekriegt wie die rausgeschmissen wurden von jub heinkes und dann folgten die abstiege dann folgten aufstiege dann folgte wieder ein abstieg dann gab es diese tasman saison unter skippe wo du in der hinrunde überragenden fußball gespielt hast und an um die internationalen plätze gespielt hast und in der rückrunde im prinzip einfach gar nicht mehr gespielt hast und komplett abgestürzt bist und abgestiegen bist was du was was kaum zu glauben war fair ja wir haben fast den lizenzentzug mitgekriegt wir haben so viel shit erlebt dann kam die ära bruchhagen die zwar grundsolide war aber natürlich gab es auch da abstiege aber die jetzt nichts war wo man wo einem das fußballherz besonders aufging ja trotzdem muss man sagen ohne bruchhagen wäre die eintracht wahrscheinlich heute nicht da wo sie ist weil er hat letztendlich durch solides wirtschaften und durch eine ja durch die art und weise wie er den verein geführt hat hat er dafür gesorgt dass die eintracht überhaupt wieder neues fundament hat von dem man seriös arbeiten kann und auch wenn man vielleicht darüber streiten kann ob heribert bruchhang vielleicht ein bisschen zu lange dann bei der eintracht war und ein bisschen zu konservativ war muss man sagen er war letztendlich derjenige der auch freddie bobitsch dann geholt hat und mit freddie freddie bobitsch kam dann auch die wende mit niko kovac auch wenn beide keine tollen abgänge hatten in dem sinne aber trotzdem verdanken wir den beiden einfach super viel das muss man einfach sagen und ja dann die ära kovac hütter und jetzt eben oliver glasner und jetzt haben wir einen kader ja keine ahnung ich weiß nicht wie es euch geht ich saß gestern da vom wm-finale und sehe einfach ein kolomuani der einfach mal den elfmeter da rausholt weil der einfach vom amtierenden weltmeister nicht zu stoppen ist und ehrlich gesagt wahrscheinlich in neun von zehn fällen einfach mal frankreich zur weltmeisterschaft schießt wenn man sich diese letzte chance anguckt ich habe es vorhin schon gesagt ich weiß nicht was besser gewesen wäre ob er so einen götzemoment gehabt hätte wo er sozusagen trifft und als krasser außenseiter wir dürfen nicht vergessen kolomuani ist ja nur nachgerückt in den kader weil en kunku sich verletzt hat und dann frankreich zur weltmeisterschaft schießt ein elfer rausgeholt hätte also wenn das so passiert wäre in dieser parallel dimension und dann noch frankreich zur weltmeisterschaft geschossen hätte ob das besser wäre jetzt aus sicht der eintracht oder ob es so besser ist dass er jetzt einfach super geknickt ist und nachts nicht schlafen kann weil er sich tausend mal überlegt hätte ich den noch reingemacht ich weiß es nicht man kann es natürlich einfach auch nicht beantworten wir werden sehen wie er zurückkommt und ich bin mir sicher mit oliver glasner hat er auf jeden fall ja den richtigen trainer an seiner seite der ihnen so oder so sagen wird dass er trotzdem noch am anfang seiner wahrscheinlich sehr großen karriere stehen wird ja und jetzt haben wir so spieler wie götze geholt ich weiß götze wird nicht jeder vielleicht im vorfeld gefeiert haben ich habe es total gefeiert muss ich sagen weil ich war schon früher ein götze fan schon auch vor der wm ich klar ich bin kein fan von dortmund und von von bayern münchen aber götze hatte eine spielweise die mir zumindest in seiner prime auf seinem höhepunkt schon enorm gut gefallen hat das war einfach ein richtig geiler kicker und ich hätte einfach niemals gedacht dass ein und götze ist so ist wirklich muss man sagen ein weltstar also mario götze natürlich auch durch seinen sieg bei oder sein siegtor bei der wm aber auch was er alles gewonnen hat mit dortmund und bayern ist einfach wirklich der erste richtige weltstar der zu eintracht wechselt und ich fand das eine saugute idee weil ich habe so ein bisschen verfolgt was er in holland gemacht hat und dass der fit ist und ich fand das auch mutigen schritt dass er irgendwie gesagt hat ich gehe irgendwie so in eine vermeintlich kleinere liga wo ein bisschen weniger trubel um seine person ist und ich habe mir die interviews mit ihm angeguckt und ich fand das ist ein total bodenständiger also sofern man bodenständiger sein kann wenn man einfach eine ganze nation zum weltmeistertitel geschossen hat und irgendwie zehn millionen im jahr verdient aber für seine verhältnisse ein bodenständiger typen kluger nachdenklicher nachdenklicher typ eher ein introvertierter mensch keiner der laut ist keiner der irgendwie post oder weiß ich nicht was und mir hat die persönlichkeit da immer sehr gut gefallen und ich habe ihm das einfach super hoch angerechnet dass er sich nicht zu schade war sondern dass er sagt nee ich habe bock auf die eintracht ich habe da und von tag eins hat man ihm das angemerkt wie gesagt ich habe mir da die trainings angeguckt und so weiter die ersten trainings mit ihm sich sofort integriert und keine keine diva keine sonderrolle ja und ich meine wir haben so was ähnliches ja mit dem prinz auch schon mal gemacht ne hey björn übrigens sie grad kieler kerl hier im chat freut mich mein mein lieber eintracht kompane ja und wir haben glaube ich da ein spieler geholt der der gesamten mannschaft auch gut tut durch durch seine art durch seine erfahrung aber auch natürlich durch seine spielerische klasse ja und dann hast du so leute halt wie ein kolomuani geholt ablöse frei das muss man sich auch mal auf der zunge zergehen lassen und was man so liest offensichtlich ohne ausstiegsklausel ich hoffe ja dass der wirklich noch naja ich würde mir wünschen wird noch lange bei uns spielen aber jetzt stand jetzt stand jetzt gehe ich davon aus dass er vielleicht noch hoffentlich ein jahr dran hängt aber es ist natürlich auch nicht auszuschließen dass bereits im sommer schon irgendwelche unverschämten angebote kommen ja und dann haben wir halt auch das muss man auch bobitsch finde ich verdanken wir auch auf jeden fall freddie bobitsch dass er mit manga einen scout geholt hat der ja einfach wahnsinnig viel gute leute geholt hat wir erinnern uns an die büffelherde aber auch so leute wie einen kamar dann indika keine ahnung kann sie gar nicht alle aufzählen auch jetzt natürlich ein kolomuani das kannst du eigentlich gar nicht in gold aufwiegen was der kerl alles entdeckt hat mit seiner scouting abteilung und da können wir auch später auch auf jeden fall noch drauf eingehen wie das eben ist dass er uns jetzt verlassen wird müssen wir ist natürlich jetzt schwer zu bewerten ob es ob man das irgendwann spüren wird oder nicht aber es ist auf jeden fall klar dass ben manga einen großen anteil auch am erfolg hat von der eintracht gerade auf dem transfermarkt und wenn man sich das mal anguckt ich komme echt leute erinnert ihr euch noch an iviza morna oder so leute ja oder ah wie hieß er der wo 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 es hieß der wird einschlagen wie götze wie hieß er noch mal jetzt habe ich seinen namen vergessen nee nicht kajo kwoike genau kwoike meine ich kwoike ja so das sind noch so transfers an die ich mich erinnere wo ich denke so da hat da 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 hat noch das auge von von hölzenbein hat noch entschieden ob einer zu eintracht ob die eintracht irgendwo ein paar millionen überweist und ich war der kann kicken das sehe ich der kann kicken hol den ja ümit korkmaz was haben wir gedacht ne martin fenin was haben wir damals gedacht was die alle abgehen ja serjan larkic erinnert euch mal wir hatten liberopoulos nichts gegen limpe ne limpe war echt ein guter spieler aber da haben wir irgendwie so einen 46 jährigen griechen noch verpflichtet und jetzt spielt hier irgendwie der wm stürmer bei uns also da hat sich echt das das ist schon krass was sich bei der eintracht in den letzten jahren getan hat das muss man ganz klar sagen und das ist auch top gemacht einfach dass du die kohle die du dann auch durch die büffelherde eingenommen hast dass du dir auch gut wieder reinvestiert hast nicht nur übrigens in spieler sondern auch in infrastruktur ja muss man sagen wenn man sich mal anguckt wie der campus jetzt aussieht wie das stadion wird jetzt ausgebaut mit der neuen kurve die dann so ja gelbe wand dimension haben wird das wird auch richtig krass werden glaube ich das stadion wird auf wie viel 60.000 oder so ausgebaut das ist natürlich alles schon sehr sehr geil und da ist die eintracht auf einem guten weg ja so viel erst mal zu zum allgemeinen ich glaube da spreche ich vielen aus dem herzen wenn ich sage werden alle nicht damit gerechnet dass wir ja in dieser winterpause in der champions league überwintern im dfb pokal überwintern und in der tabelle auf platz vier stehen und ja das ist schon nicht selbstverständlich ich glaube dass dass wir das als eintracht fans auch entsprechend bewerten können und auch einordnen können dass das eben nicht selbstverständlich ist dass das schon was ist was wir zu schätzen wissen aber ich sage auch ganz ehrlich wenn man erstmal so den süßen nektar des erfolgs probiert hat das macht schon auch bock irgendwie wenn man so von anderen fans von anderen vereinen irgendwie ständig auf die schulter geklopft bekommen und gelobt wird wie toll die spieler sind was für einen tollen fußballmann spielt und so da könnte man sich schon auch daran gewöhnen oder also es ist nicht so dass dass ich da dass ich wieder bock hätte irgendwie um platz zwölf zu spielen aber muss natürlich auch vorsichtig sein dass man ja es ist es wird trotzdem schwer für die eintracht dauerhaft einfach da oben mit zu halten du hast einfach mit mit bayern dortmund leverkusen und leipzig hast du einfach in der regel vier ich höre mich schon und ein holbar sind und dann hast du dortmund die auch einfach ultra viel kohle haben und dann hast du die zwei vereine die die mit geld cheats spielen da in diese in diese top gruppe sozusagen dauerhaft reinzustoßen das ist auf jeden fall das wird jedes jahr schwer das wird jedes jahr schwer aber man sieht es halt auch in so einer saison wie jetzt und damit komme ich dann auch schon auf das erste große thema zu sprechen nämlich die hinrunde man sieht es dann natürlich auch in in so einer saison wie jetzt ich kann ja hier mal ich mache es mal ein bisschen größer dann gucken wir mal auf die tabelle und dann sehen wir ja wenn so ein verein wie leverkusen dann halt ein bisschen abkackt in dieser saison das ist dann natürlich so eine chance wo wir natürlich auch andere vereine aber wo wir hier mit der eintracht dann rein stoßen können leipzig hat sich leider jetzt unter rose auch schon wieder so ein bisschen gefangen und wird natürlich schwer sein weiß ich nicht ob die noch mal einknicken aber freiburg muss auch nicht unbedingt da oben bleiben auch wenn die eine gute hinrunde gespielt haben aber ist jetzt für mich nicht so dass ist für mich nicht unvorstellbar dass freiburg auch mal zwei drei spiele hintereinander nicht gewinnt oder so ja ja wolfsburg auch verstärkt unter kovac auch jetzt dass sie mit kruse sozusagen da die querelen aussortiert haben ich glaube das hat auch kovac noch mal gestärkt dass sie danach das war so habe ich auch bei bundesliga gesagt das war so ein faktor wo ich gesagt habe mal gucken ob dann das team da mit ihm geht wenn wenn er sich damit kruse anklasht aber die haben ihm scheinbar gefolgt und das sieht gut aus also die rückrunde wird kein selbstläufer das ist sowieso klar aber es sind auch alle chancen da ja also wir müssen uns auch nicht verstecken wir sind drei punkte hinterm zweiten platz wir haben bislang zumindest sind wir relativ verletzungsfrei auch durch diese winterpause und durch diese wm gekommen was nicht selbstverständlich ist weil da waren ja schon einige spieler von uns gibri so war hat gespielt kamada hat gespielt jakic hat gespielt kolomuani hat gespielt also gab schon einige spieler wo du dir gedacht hast ja hoffen wir mal dass das gut geht dass da keiner sich verletzt insofern ist diese hinrunde auch gemessen anhand der spielzahl mit internationalen auftritten und dfb pokal also champions league und dfb pokal ist das aller ehren wert und wenn man sich dann noch überlegt ich will das fast jetzt nicht wieder unendlich aufmachen aber wenn man überlegt wie oft wir teilweise wirklich auch vom vr verarscht wurden und dann hast du noch diese zwei spiele da gegen bochum und was war es bremen was läuft gegen bremen ich weiß nicht mehr wo du auch einfach hättest viel viel besser punkten können ich weiß andere vereine können auch sagen sie wurden verarscht und so weiter aber ja du kannst auf wir können ja mal wahre tabelle ich bin nicht so der fan von der waren tabelle aber wir können es mal wir können es mal eingeben nur mal zu gucken wahre tabelle gucken was dieser ich habe gar nicht habe es gar nicht gecheckt ehrlich gesagt zustimmen was sind hier bundesliga und dann sehen wir wir sind immer noch auf platz vier ah nee hier ist wahre tabelle okay das ist die normale tabelle sind wir auf platz zwei ein punkt hinter den bayern okay aber ich meine das ist halt hätte hätte fahrrad kette tabelle aber was an der waren tabelle halt ganz gut ist ist dass sie so die potenziale ganz gut zeigt ja also wenn man mal die schiedsrichter fehlleistungen rausrechnet mir geht es nicht darum dass das jetzt die gerechteste tabelle wäre oder so weil wie gesagt verpfiffen wird sich überall mal aber es zeigt so ein bisschen auch die wahren potenziale der mannschaften und gibt ganz guten eine ganz gute aufschlüsselung und ja wir brauchen nicht drüber reden dass die eintracht sicherlich einer der mannschaften ist die um die champions league mitspielen wird wenn sie jetzt nicht direkt irgendwie einbricht wenn die rückrunde auch nur irgendwie annähernd so gut verläuft und ja dann wird man sehen wir haben im dfb pokal treffen wir auf darmstadt wo haben wir das hier können wir doch auch also im dfb pokal treffen wir auf darmstadt auch das ist natürlich ein geiles duell aber auch eine lösbare aufgabe zu hause hier siebter zweiter könnt ihr euch schon mal merken natürlich wird das ein hexenkessel und natürlich wird es auch geil und und auch kein selbstläufer dfb pokal gegen darmstadt auf gar keinen fall unterschätzen gerade wenn man sich anguckt wie die auch momentan in der zweiten liga spielen aber es wird ein hammer match also ich kann es nicht geiler sein was los muss man einfach an der stelle sagen das ist der hammer auch noch ein heimspiel also wie geil bitte ist ist dieses achtel finale aber das ist auf jeden fall machbar das ist auf jeden fall kein ist nichts wo man sagt ja dann werden wir bald rausfliegen ja und ähnlich sehe ich es auch also wir sind der champions league da gibt es natürlich keine leichten gegner mehr aber es ist im prinzip in der champions league sieht man denn hier nicht die die weiteren so hier sieht man es da geht es nämlich im märz erst weiter krass guck mal wie lange das noch hin ist alle das sind noch über drei monate na gut aber egal da sehen wir klar neapel richtig gut drauf in dieser saison sicherlich ein krasser gegner für die eintracht aber es gibt im achtel finale oder in der k.o. runde der champions league keine leichten spiele mehr ja also was erwartet man da was was man da kriegt kriegst nicht mehr wacker burghausen also da musste halt dann abliefern und das wollen wir ja auch und ich sag mal so immer noch besser ssc neapel als jetzt weiß ich nicht paris oder man city hätte auch noch schlimmer werden können und es hätte eigentlich nicht viel also rein von ja weiß ich nicht welcher verein wäre vielleicht noch besser gewesen porto ich weiß es nicht brügge aber da sollten wir uns mal nicht beschweren ich sage vielleicht gehen wir nicht als favorit in die champions league k.o. runde aber wir gehen auch nicht chancenlos rein und so oder so auch eine geile reise für alle auswärts fans und einfach ja das ist schon nice das ist auf jeden fall schon nice also das sind die rückspiele stimmt die hinspiele sind im februar ne und wenn die medien hier überhaupt nicht angezeigt hier sind die hinspiele 21 star hier 21 star 2 ich habe schon gedacht das erschien mir schon etwas sehr sehr spät wir fangen auch zu hause an 21 star 2 übrigens ihr könnt heute gewinnen und zwar verlose ich hier in der show einmal zwei tickets für das heimspiel eintracht frankfurt gegen werder bremen wie ihr gewinnen könnt ganz einfach wir machen nämlich gleich ein vote wir wollen den spieler der hinrunde küren und ihr könnt auch abstimmen und zwar können wir ja jetzt schon mal den vote eigentlich starten oder nikola und zwar müsst ihr dazu in den chat schreiben ausrufezeichen vote und dann den namen des spielers von dem ihr der meinung seid er ist der spieler der hinrunde und dann lösen wir das gleich mal auf es ist auch egal es gewinnt jetzt nicht irgendwie ihr müsst nicht die irgendeinen bestimmten namen eingeben oder so ist ganz egal ihr könnt also sollte schon spieler von eintracht frankfurt sein aber ihr müsst jetzt nicht irgendwie den gewinner tippen oder so alle die mitmachen nehmen automatisch an der verlosung teil und werden noch in der sendung oder kurz nach der sendung von nikola den ihr manchmal hier auf meinem ohr hört benachrichtigt und können gewinnen und damit können wir ja eigentlich auch mal drüber reden wer ist denn so für euch spieler der hinrunde ich weiß saison ist noch lang und man soll auch nicht den tag vor dem abend loben aber für mich gab es so drei vielleicht vier kandidaten es ist schwer einen rauszupicken weil einfach so viele gut performt haben und man dann automatisch wenn man einen namen sagt hat man irgendwie immer so das gefühl dass man den anderen irgendwie zu wenig aufmerksamkeit schenkt weil wenn du sagst götze dann sagst du ja aber was ist mit kamada wenn du sagst kamada aber was mit kolomuani und so weiter dann kommst du vom hundertsten ins tausende aber so ist es nun mal wir müssen uns festlegen ich persönlich sage es ist schwierig ich sage mario götze ich sage euch auch warum ich weiß er hat nicht die krassesten scorer werte aber meiner meinung nach können viele spieler bei der eintracht deshalb auch so eine gute leistung zeigen wie ein kamada wie ein kolomuani weil ein mario götze auf dem platz steht weil mario götze immer anspielbar ist weil er eigentlich immer eine kluge eine wirklich eine spielintelligenz hat immer eine kluge entscheidung trifft immer auch aus schwierigen situationen noch was sinnvolles machen kann und dadurch der mannschaft so viel sicherheit und stabilität gibt und es sind beim fußball sind es oft einfach nur so ist der ball in fuß gespielt oder ist er leicht in rücken gespielt weißt du was ich meine wenn er gut gespielt ist kann der nächste spieler einen guten pass spielen wenn der nächste spieler aber erst den vorigen pass irgendwie verarbeiten muss ist der gegenspieler schon wieder auf seinem fuß und die situation wird eine andere was ich damit sagen will ist dass das oft sind es nicht unbedingt die tore oder die die assists sondern oft sind es eben auch die sachen die schon davor entstehen die das spiel ordnen die die spieler richtig in die position bringen in die sie dann auch in denen sie dann auch glänzen können und man sieht es an den entwicklungen von dem lindström man sieht es an den an der entwicklung von kamada gut kolomuani kann ich jetzt natürlich nicht sagen ich habe mir jetzt bei nantes nicht so viel gesehen aber auch er hat sich innerhalb schon der saison enorm entwickelt und ich glaube dass das auch zu einem großteil auch auf einen mario götze zurückfällt der der mannschaft unheimlich gut tut und der ja teilweise wahnsinnig gute pässe spielt und und einfach eine präsenz hat und ja einfach die mannschaft einfach besser macht und deshalb ist für mich mario götze der spieler der hinrunde ich würde aber wenn jetzt jemand sagt für mich ist es kamada weil er einfach auch mittlerweile eine tor maschine ist weil er grätscht weil er sonst was man oder kolomuani weil der einfach eine gesamte abwehr reihe auf sich zieht man könnte so viele nennen man könnte auch finde ich ohne mit der wimper zu zucken kevin trapp sagen der torhüter rücken immer so ein bisschen in den schatten weil sie halt natürlich torhüter sind aber wenn man sich überlegt wie viele punkte uns kevin trapp schon festgehalten hat und fehler ausgebügelt hat für uns denn einer enorm guten verfassung ist jetzt auch schon in der vorsaison dann muss man sagen auch kevin trapp hätte durchaus könnte man dann nennen seppel rode hat gezeigt wenn er fit ist wenn er wenn er spielt wie wichtig er für die mannschaft ist auch durch seine kämpfer mentalität geht voraus als capitano ja dann haben wir so shooting stars wie ebimbe von dem ich ja die ganze zeit schon sage ey leute der geht der wird auch noch richtig abgehen da sieht man da sieht man schon die klasse ist kein zufall dass der irgendwie im star ensemble von paris sergeant paris sergeant irgendwie da mitgeturmelt hat und jespa linström man könnte so viele nennen wir haben sogar einen haufen guter spieler die kaum zum einsatz kommen weil wir so weil weil unsere spieler so in in einer starken form sind ja in ali du auch ein bore der letzte saison so wichtig für uns war der jetzt nur noch ein wechselspieler ist du hast ein jakich müsste man nennen der einfach überall einspringt erst als rechtsverteidiger dann in der mitte der dreierkette und überall eigentlich immer abliefert und auch eine mentalitätsmonster ist was uns auch unheimlich gut tut also da gibt es einfach so viele die man nennen könnte deshalb bin ich gespannt wir sehen hier ach da ist schon ist das schon die end ist das schon das endergebnis das läuft gerade noch also das läuft noch okay aber da sehen wir schon einen eine recht deutliche tendenz daichi kamada mehr als die hälfte von euch sagt daichi kamada dann kommt kolomuani und mario götze wie gesagt vollkommen in ordnung und wenn wir uns mal hier parallel dazu können wir uns ja mal die werte angucken von kamada kann man da mal reingucken hier da sehen wir in 13 spielen sieben tor vier ist es in der champions league dreimal geknipst im dfb pokal zweimal geknipst also was er letzte saison noch da war es glaube ich noch umgekehrt da waren es glaube ich mehr es ist als ich guck mal gerade da waren es glaube ich noch mehr es ist als tore ne vorletzte neun vier insgesamt kann ich mal so beeindruckende statistik ich habe die saison davor war es wohl die vielen assist hatte ja hier 5 13 und jetzt ist es quasi umgekehrt also auch dass er man muss auch sagen kamada ja nicht nur offensiv stark sondern natürlich auch mittlerweile defensiv ja also wahnsinn dass der dann im defensiven mittelfeld teilweise eingesetzt wurde was auch echt teilweise super funktioniert hat bisschen schade dass wir ihn wahrscheinlich im sommer verlieren werden muss man ganz klar sagen ablöse frei auch noch wenn er seinen vertrag nicht verlängert wonach es halt nicht aussieht wie seht ihr das hat die eintracht da die chance vertan hätte man da früher ran müssen ich fühle mich da immer schwer man weiß ja immer nicht was so was da so hinter den kulissen passiert ist immer sehr schwer zu sagen aber ja ich habe auch schon gerüchte gehört dass der dass er zum bvb wechselt jetzt tauchen hier bei transfermarkt.de irgendwie so barcelona gerüchte auf das ist nochmal eine nummer zu groß ist weiß ich nicht für den bvb meiner meinung nach ein no brainer also an ablösefreien kamada holen nächste saison werden ja einige spiele auch dortmund wieder verlassen im mittelfeld ich habe trotzdem meine zwei flop kamada in dortmund so funktioniert wie bei uns ist ich glaube die heißt so ein bisschen der wunsch dass sie da den nächsten kaga war holen im gespräch ist dafür als tauscher nicht als tausch aber dass die eintracht äh julian brand holt vom bvb weiß ich eine sehr interessante personalie finde ähm julian brand ich kann es mir fast nicht vorstellen aber ich konnte es mir bei götze eigentlich auch nicht vorstellen julian brand eigentlich locker ein regalfach zu hoch auch weil der natürlich voll teuer ist einmal viel geld verdient beim bvb kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen so als ersatz fände ich ihn aber nicht schlecht auch eine also eine spielanlage wo man ihn flexibel in der offensive einsetzen kann im zentralen mittelfeld einsetzen kann ich mag julian brand muss ich sagen er hat diese saison spielt er wieder mal richtig gut hat er aber auch schon durchhänger und ist vielleicht nicht so dass mentalitäts monster aber da finde ich halt das finde ich halt interessant bei julian brand weil ich mir denke wenn der bei der eintracht spielt und ich kann mir nicht so viel urteile über dortmund erlauben weil ich dazu wenig ein einsicht habe weil bei dortmund sind immer mal so ist diese mentalität immer mal wieder so ein problem und ich weiß nicht wenn er bei der eintracht bei glasner spielt so ich kann mir schon vorstellen dass die den auf spur bringen und dass der uns da große freude machen würde aber auch sicherlich nicht ganz billig aber ich sage es auch ganz ehrlich wenn 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 wir dann plötzlich julian brand und mario götze in top form bei uns haben also wenn mir das einer vor ein paar jahren gesagt hätte es eigentlich schon fast lustig dass man als eintracht fällen jetzt sagt julian brand ich weiß nicht so recht ich glaube viele von euch verwechseln den auch mit schürrle wir reden hier mal noch von julian brand ich mein der war in leverkusen war der überragend und ja keine ahnung also mal gucken aber es ist bislang auch nur so ein gruseleid ja aber ja ist auf jeden fall schade dass so viele leute dass so viele leute gehen werden ihr könnt noch wählen wir machen gleich den votet dicht mit ausrufezeichen votet spieler name wer ist der beste spieler der hinrunde und ihr habt die chance auf einmal zwei freikarten für das heimspiel frankfurt gegen werder in der rückrunde und außerdem ein frankfurt meets pepsi max paket also noch könnt ihr voten ihr seht hier schon den zwischenstand nach meiner glühenden götzerede ist er zumindest zwei prozent gestiegen aber ich glaube das sieht schon ganz gut aus für daiji ja reina würde ich safe auf jeden fall auch nehmen aber ich glaube es würde mich sehr wundern wenn wenn man kamada halten könnte das ist auch so ein bisschen wenn ich jetzt mal so über meine ängste rede bevor wir über die rückrunde reden dann muss man ganz klar sagen wir haben einige spieler oder nicht nur spieler wo ich sage wenn die eintracht weiter so performt dann wird es natürlich zwangsläufig auch interessenten geben wir können ja mal hier oben anfangen also kevin trapp da bin ich mir sicher der wird bleiben da gibt es ja auch pläne dass kevin trapp in den verein eingebaut wird finde es macht total sinn wenn man sich so anguckt das machen auch andere vereine die ja die koryphäen die großen namen an den verein zumindest finde ich macht total sinn evan edika gehe ich auch davon aus dass er uns verlassen wird kann ich mir eigentlich nicht vorstellen dass er noch mal bei uns unterschreibt wird wahrscheinlich auch mal kieler kerl sagt glaubst du dass ein dicker bleibt okay ja muss man schauen ist es ich weiß es nicht ablöse frei dann kriegen die fettes handgeld und so weiter also das müsste die eintracht auf jeden fall tief in die tasche greifen um hier noch mal zu verlängern wäre natürlich geil wenn er bleibt ich sehe uns aber in der innenverteidigung ich finde innenverteidigung immer noch ja weiß ich nicht also sehe ich schlimmere also kamada fände ich persönlich den schlimmeren verlust wenn man es jetzt gegeneinander überhaupt aufwiegen wollen würde ja tuta denke ich wird bleiben und gene wird gesprochen darüber aber jetzt im winter glaube ich noch mal zurückverliehen wird nach salzburg macht glaube ich auf jeden fall sinn weil ich glaube bei uns wird er nicht viel spielpraxis bekommen almami ja wird bleiben smolchic ja von dem halte ich ja sehr viel muss ich sagen hat mich immer gut gefallen wenn ich ihn gesehen habe muss noch ein bisschen vielleicht sich ans tempo gewöhnen aber ist für mich jemand der in den startlöchern steht der vielleicht schon jetzt in der rückrunde also ich habe mir bei kickbase schon gekauft so viel kann ich sagen da gibt es glaube ich gerade für 700.000 oder so schnäppchen weil er ist für mich neben makoto hase be eigentlich die ja wahrscheinlichste variante für die dreier kette ja hase sollte auf jeden fall noch mal ein jahr verlängern meiner meinung nach luca pelgrini bin ich noch ein bisschen unsicher nicht der allergrößte fan hat mich bislang nicht so überzeugt hat mich echt teilweise auch auch ganz schön aufgeregt ich sag mal so ich würde jetzt nicht heulen wenn er uns wieder verlassen würde ich glaube es auch ein schwieriger typ ich weiß es nicht ich bin immer vorsichtig mit so gerüchten was man so hört und so aber weiß ich nicht für die defensive variante sich lens für die offensivere variante sich knauf ist nicht schlecht er ist jetzt keine graupe luca pelgrini ist keine graupe aber ist auch weil sich es wirkt nicht so als ob er so richtig integriert ist wenn man dafür einen guten ersatz holen würde es wirkte auch so war ja so ein bisschen kam ja im tausch für kostet quasi oder was ist im tausch und dann ist irgendwie da weiß ich nicht wie man das verdient hat oder so aber das ist natürlich nicht so ganz aufgegangen ja gut christopher lens wird man ja gar nicht sagen würde auf jeden fall bleiben ist auch wichtig wenn er fit ist ist er auch auf jeden fall ein solider linksverteidiger gut kann man auch nicht realistisch bewerten ja hier dann sind wir schon beim nächsten kandidaten jibril so da gibt es ja die gerüchte dass er auf jeden fall ich offiziell habe ich noch nicht gelesen ich weiß nicht ihr können mir gerne sagen ob das stimmt aber ich habe gelesen dass er angeblich gesagt hat er wird auf keinen fall verlängern hatte allerdings auch noch vertrag bis 2024 das heißt da gibt es die möglichkeit dass er im sommer gegen ablösesumme den verein verlässt muss man mal abwarten wenn ich wenn ich blöd sage ich ganz ehrlich weil jb so für mich auch so ein spieler ist der einfach ist einfach unser quarterback ja ist auch der der am meisten spielt und oder mit am meisten spielt und ich glaube das ist so ein spieler da merkt man erst was man an ihm hatte wenn er nicht mehr da ist also ich hoffe dass jb bleibt aber zumindest im sommer können wir noch einen ablösefreien wechsel dann verhindern der ebimbe da weiß ich gar nicht da gibt es ja glaube ich eine kaufoption hier sieht man es kaufoption aber sehr viel mehr weiß man nicht ob es dann rückkaufrecht gibt von paris saint-germain habe ich auch schon mal gelesen ja das ist so ein bisschen schwer zu sagen wie hoch ist diese rückkaufoption und wie wird sich entwickeln auf jeden fall da sollte die eintracht ein großes interesse haben den langfristig an den verein zu binden ich hoffe das gelingt gelingt der eintracht weil ich halte wirklich sehr sehr viel von ebimbe wie schnell der sich integriert hat wie schnell der zum stammspieler wurde und das alles was der macht auf dem platz hat hand und fuß und der spielt gerade auf einer position die eigentlich gar nicht so richtig seine ist ja vielleicht ist es mittlerweile seine ja ja ich weiß transfermarkt ist auch nicht alles hundertprozentig richtig ist klar aber jetzt zum diskutieren benutzen wir es selbst wenn die eine rückkaufoption haben auch ein ebimbe sieht auch selber bei der eintracht kann er stamm spielen und er sieht auch dass ein kolomuani bei der eintracht nationalspieler geworden ist also ich kann mir schon vorstellen der hat jetzt auch nicht unbedingt bock sich bei paris saint-germain wieder auf die bank zu setzen und da muss man gucken kann natürlich sein rückkaufoption und dann an irgendeinen anderen potentenverein weiterverkaufen aber das ist alles zukunftsmusik wissen wir noch nicht gut kamada haben wir gerade besprochen das dürfte ja gelaufen sein gehe ich mal davon aus dass kamada im sommer uns leider leider verlässt erst bei lindström glaube ich wird noch bleiben der ist auch noch da ist die entwicklung auch noch nicht abgeschlossen mit großer lindström fan schon von den ersten trainings wo ich den gesehen habe wo ich gesehen habe was der ja was für eine dynamik der hat was für einen abschluss der hat also der würde uns auch noch viel spaß bereiten glaube ich aber das würde ich ihm nicht raten und ich glaube der fühlt sich auch wohl der sollte auf jeden fall noch bei der eintracht bleiben götze glaube ich wird auch erst mal bleiben ali du ist klar knauf ist so eine sache ansgar knauf hat letzte saison überragend gespielt diese saison sage ich mal ups and downs auch immer mal wieder verletzungspech gehabt spielt jetzt auf der linken seite was sich jetzt ein paar mal was ja was ein paar mal ganz gut funktioniert hat muss man mal gucken der hat dann glaube ich noch ein jahr vertrag auf dort in dortmund ne ja vertrag bis 20 24 muss man mal gucken was dortmund für ihn abruft ich bin mir noch nicht sicher ich weiß nicht ob dortmund ihn unbedingt will und ich weiß nicht ob die eintracht in um jeden preis unbedingt will also natürlich ist der geil und ich würde den auch gerne haben aber ich würde auch nicht jede summe zahlen für ansgar knauf dafür ist er mir dann nicht stabil genug vielleicht und in dortmund muss man auch mal sehen wie dann der kader umbruch ist und so weiter ob er da wirklich dann startelf potenzial hat schwer zu sagen schwer zu sagen wie sich entwickeln wird ich könnte mir vorstellen dass ansgar knauf gerne bleiben würde und dass man sich irgendwie auf was einigt aber problem ist dass terzic fan von ihm ist ja ja muss man mal abwarten wird man sehen ob man sich da irgendwie einigen kann kolomuani haben wir schon gesprochen also wenn jetzt im sommer ein angebot über was weiß ich 60 70 millionen kommt weiß ich nicht was passieren wird kann ich nicht sagen also es gibt sicherlich eine zahl bei der die eintracht dann sagen wird das müssen wir machen auf der anderen seite hat glaube ich bis 20 27 vertrag ja 20 27 vertrag keine ausstiegsklausel also ich behaupte mal es ist eine win win situation für die eintracht wenn er spielt ist es geil und wenn er geht wird es auf jeden fall derbe in den klassen in den klassen in den kassen klingeln aber da mart mir mal auch die rückrunde ab angeblich haben die berater gesagt sie planen auf jeden fall noch ein jahr bei der eintracht ich glaube es wird ihm auch ganz gut tun noch ein jahr bundesliga spielen und dann auf die insel ja rafael bauré ich denke er wird uns verlassen vielleicht sogar schon im winter weil er keinen bock hat nur noch ein wechselspieler zu sein was man finde ich aus seiner sicht verstehen kann ist einfach eine situation für ihn natürlich ist es geil wenn er bleibt weil es ist schon auch nice diese qualität auf der bank zu haben und ihn einwechseln zu können und er hat seine qualitäten wenn auch nicht im abschluss aber gerade im anlaufen des gegners und in der mannschaftsdienlichkeit und einfach generell die dynamik die er mitbringt aber es hat auch keiner was davon wenn er dann irgendwann anfängt zu nerven und querulant wird so ungefähr ja ich könnte mir vorstellen dass er sogar noch im winter in der winter wechsel im winter wechselt ich glaube spätestens im sommer wird er weg sein lukas alario hatte ich mir ein bisschen mehr versprochen aber nimmt bei uns die gleiche rolle ein wie in leverkusen ich glaube schon dass der was kann und glasner betont auch immer wieder wie wichtig er noch wird und ich kann mir das auch vorstellen dass der noch in entscheidenden spielen dann da sein wird aber so richtig viel angeboten hat er bislang nicht und ich glaube dass der nicht billig ist also ich will hier noch nicht von missverständnis reden aber ich weiß nicht ob das jetzt ob man da also ein paar jenz ja hat jetzt auch nicht weniger gezeigt oder ich weiß nicht keine ahnung schwer zu sagen schwer zu sagen schauen wir mal bewerten wir das erst mal am ende der saison und gucken dann mal weiter ja und das ist der aktuelle karte gut wir haben natürlich noch so ein paar leihspieler wir haben hauge verliehen jens peter hauge der überhaupt nicht funktioniert in gendt das kann man jetzt schon mal hier spoilen hat sich da so glaube ich teilweise mit dem trainer verworfen was man so gelesen hat wir sehen es auch jetzt hier ja 18 spiele 4 assist 4 assist geht sogar aber ja in der konnte in der jupeller pro league also hatte acht spieler da gerade mal 119 minuten gespielt also das ist natürlich hier sechs minuten 9 minuten 22 minuten 45 minuten 15 minuten 7 minuten 2 minuten 3 also kein einziges spiel über 90 minuten ist nur ein wechselspieler da kann man schon fast darüber reden ob man ihn nicht zurück holt vielleicht hätte man ihn besser an zweitligisten oder so verliehen ich glaube schon dass man in dem was gesehen hat und dass der auch irgendwie schon ansätze hat aber ob das da in gendt so der richtige verein ist vielleicht sollte man ihn irgendwie die laie abbrechen und noch mal was weiß ich in die zweite liga verleihen oder nach bochum oder so ich weiß es doch auch nicht aber es ist auf jeden fall ja für den preis den er dann letztendlich mit leihsumme und ablöse verpflichtung gekostet hat ist das natürlich was neun millionen oder zehn mehr hier sehen wir zehn millionen also der top transfer der eintracht geschichte glaube ich sogar das ist natürlich schon bitter aber gut du kannst halt nicht nur treffer landen ich habe ihn noch nicht hundertprozentig abgeschrieben der junge wahl auch maximal verunsichert deshalb ist es so ärgerlich dass er jetzt bei der laie auch wieder nicht reinhaut weil das würde bei kamada hat man ja auch gesehen dass ihm das gut getan hat also würde man ihm natürlich wünschen dass er da irgendwo ja ausgeliehen wird wo er richtig reinhauen kann dann haben wir ali akman haben wir noch verliehen aber ich glaube da läuft es auch nicht rund ist das überhaupt die erste türkische liga das ist die zweite türkische liga ja also wohlgemerkt die zweite türkische liga kein einziges tor geschossen und auch hier schauen wir mal auf die statistiken und sind er ist nur ein wechselspieler ja da hat man sich sicherlich mehr versprochen vom angeblich heißesten türkischen talent also ali akman leider auch nicht irgendwie eingeschlagen wer übrigens hat für uns jetzt keine relevanz mehr aber wer ganz gut spielt ist jo velic in los angeles hier der knipst glaube ich ganz gut hier 16 tore in 39 spielen ist okay ich weiß nur die major league aber alle 81 minuten ein tor why not dachte ich kann man ja mal ja in der us league klar warum nicht drüber reden aber immerhin wir sehen es ja ein ali akman schafft nicht mehr in der zweiten türkischen liga also insofern nur mal so zum vergleich ja das ist so der kader und jetzt wollen wir mal auf den vote gucken da steht das endergebnis fest und wir sehen es hier mit einem einer überragenden mehrheit 49,25 prozent haben wir daichi kamada vollkommen zu recht zum spieler der hinrunde gewählt auf platz zwei kolomohani mit 25,3 und dann kommt mario götze mit 17,9 prozent herzlichen glückwunsch daichi kamada der das format jetzt hier sicherlich guckt und wir haben auch schon den gewinner der zwei freikarten und zwar ist das trommelwirbel crisp potato hat gewonnen und bekommt zwei freikarten für eintracht frankfurt gegen werder bremen in der rückrunde ich weiß gar nicht wann das genau ist das spiel crisp potato herzlichen glückwunsch und dann haben wir noch das frankfurt meets pepsi max paket das gewinnt go im richtig ausgesprochen go im hat das pepsi max paket gewonnen wenn es das gleiche ist was ich gekriegt habe dann bekommst du wahrscheinlich auch ein trikot und zum beispiel diese dose die vielleicht bald eine rarität sein wird weil hier steht noch pepsi max drauf aber ab januar heißt pepsi max nicht mehr pepsi max sondern pepsi zero zucker und das bedeutet dass diese dose wahrscheinlich ein vermögen wert sein wird herzlichen glückwunsch an die gewinner an dieser stelle ja dann machen wir zum abschluss jetzt noch mal einen kleinen ausblick auf die rückrunde ich habe ja schon gesagt also theoretisch habe ich koffer rausgezogen nicht nur theoretisch auch praktisch muss man sagen das ziel ist ganz klar internationale plätze da brauchen wir gar nicht um heißen brei reden das muss so sein im beiden pokal wettbewerber beziehungsweise in champions league und im dfb pokal wollen wir natürlich so weit wie möglich kommen ich höre mich schon an wie markus krösche so super nüchtern und sachlich und die fußballfloskeln aber ist ja einfach so ne also was willst du da auch was willst du sagen hier so bei dem bei dem blick auf der tabelle und ich sag mal so ich glaube intern wird man schon sagen und ich glaube das haben auch schon einige von euch in den chat geschrieben auch anhand des abschneidens von der eintracht am ende dieser saison werden sicherlich auch noch die ein oder anderen personal entscheidungen dranhängen ob sie international spielen ob sie champions league spielen sowohl finanziell als auch vom von der attraktivität her und ich halte es für durchaus möglich dass die eintracht wenn sie verletzungsfrei bleibt und ja wenn die wm fahrer alle in einer guten form zurückkommen aus dem urlaub dass die eintracht dann auf jeden fall das zeug hat auch unter den top vier diese saison zu landen ich bin sehr gespannt wie ein kolomuani das alles verkraftet sowohl das positive als auch das negative ich war fast also ich habe mich natürlich für ihn gefreut habe ich auch schon fast ein bisschen gedacht so ach hätte auch nicht nach nominiert werden müssen hätte auch einfach die beine hochlegen können aber ich bin gespannt aber ich habe das gefühl der typ ist so voll ehrgeiz und 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 bock und er hat einfach auch es gibt so spieler da siehst du einfach auch die klasse und da musst du dir eigentlich auch nicht so viele sorgen machen weil wenn einer was kann dann kann das auch einfach wenn das so ein so ein one hit wonder ist dann hast du immer schiss auch hoffentlich war das nicht jetzt schon die geile phase aber wenn einer einfach gut ist da ist einfach gut und dann bricht das auch nicht ab weil der ja dann gut ist so was haben wir noch zum thema transfers in dieser winterpause im transfermarkt wir müssen mal gucken wie gesagt ob ein boré bleibt oder nicht wenn boré geht denke ich wird man noch mal gucken dass man da tätig wird auf dem transfermarkt dass man da noch mal jemanden holt ich weiß nicht ob man dem nacho ferri da schon dann die joker rolle zutraut wir können auch hier mal gucken was hier so gemunkelt wird gut wir haben hier mit ismail jacobs auf jeden fall einen hoch wo ist er denn jetzt immer noch da ein heißes gerücht leverkusen angeblich auch noch dran linksverteidiger ich denke der würde dann kommen wenn man pelgrini wenn man die laie mit pelgrini abbricht könnte ich mir das vorstellen ansonsten eher nicht zumindest nicht in der winterpause julian brandt ist wahrscheinlich auch erst was dann im sommer heißer werden wird wenn kamada wirklich geht und wenn man weiß wo die eintracht spielt sollte die eintracht wirklich dann noch mal champions league spielen könnte ich mir das vorstellen ansonsten halte ich das für ja schwer umsetzbar und ansonsten ist es ja hier david kovnacki oder habe ich weiß nicht ob ich das richtig ausgesprochen habe kovnacki so ein gerücht das schon länger kursiert weiß ich nicht ist auch eher sowas vielleicht dann wenn boré geht oder so aber ja hier 50 prozent tim breithaupt defensiver mittelfeldspieler sicherlich kein schlechter aber weiß ich jetzt auch nicht ob der auf anhieb uns verstärkt aber da habe ich auch muss ich ehrlich sagen zu wenig spiele von ksc gesehen nämlich genau null also kann ich nicht so viel zu dem bub sagen ich weiß dass der wohl heiß um 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 gehrt ist oder begehrt ist genau um zur neuen saison kommt noch mal wie heißt der martanovic von st pauli können wir uns auch mal angucken den haben wir ja schon verpflichtet der wurde ja noch mal an st pauli zurückverliehen martanovic heißt er glaube ich oder martinovic wie heißt da habe ich auch immer mal wieder geguckt auf seine werte ist auch hier martanovic habe ohne er ich habe schon martanovic war richtig ja der gehört der eintracht wie man hier auch sieht hat vertrag bis 20 26 bei uns ist aber noch ausgeliehen an st pauli muss man aber auch sagen statistik jetzt ja kein tor geschossen drei assists weiß ich kann man schwer sagen gibt es vielleicht leute die den mehr gesehen ich so ich meine ich wohne nicht weit vom stadion von st pauli aber ich habe ihn trotzdem noch nicht live gesehen ich kann dazu nicht sagen ich weiß da gab es das sogar richtig stress oder irgendwie ich weiß dass auf jeden fall ein paar leute sauer waren dass wir den verpflichtet haben weil die den so cool finden letzte saison hat er glaube ich auch mehr geknipst aber da kann ich mir absolut kein urteil erlauben hat natürlich gerade maß hier mit 1 94 ja gut hat hier vier tore letzte saison in der zweiten liga geschossen ja keine ahnung ist aber auch ein transfer der glaube ich auch schon eingetütet wurde bevor die eintracht champions league gespielt wurde gespielt hat wenn ich mich recht entsinne muss man mal gucken ist jetzt noch zu früh irgendwas zu sagen ja ansonsten gibt es wenig gerüchte genau ein rückkauf vom salazar bei schalke ist auch noch möglich aber ich denke auch das wird man nicht machen also es würde mich zumindest sehr wundern auch wenn salazar natürlich bei schalke ein sehr sehr wichtiger mann ist aber jetzt erst mal außerdem verletzt ist und ich glaube auch nicht dass das er in das konzept von glasner passt ich wüsste jetzt auch nicht wen er verdrängen soll aus der startelf und ich glaube auch nicht dass er bock hat als umjubelter schalker spieler ja gut auf zweite liga hat er wahrscheinlich auch keinen bock aber ja ich glaube nicht dass salazar ich fand ihn eigentlich ganz cool so ich hatte immer so das gefühl dass das so einer werden könnte wie der rode aber ich glaube er ist glasner zu undiszipliniert aber ich glaube auch nicht dass wir ihn zurückkaufen grüße gehen zurück wenn ihr mal in hamburg seid und ihr braucht eine eintracht kneipe geht in die amandastraße in die amanda bar wenn ihr einen platz findet ist mittlerweile schon so voll weil diverse eintracht fanclubs dort immer dann aufschlagen aber bester ort um in hamburg live fußball zu gucken genau wir haben noch paxton aronson wie heißt er gekauft den us boy dem wird ja auch eine goldene zukunft vorausgesagt vielleicht auch schon mit hinblick auf den kamada wechsel im sommer dass man so überlegt ist glaube ich auch ein offensiver mittelfeldspieler dass man da schon mal so einen vorgriff gemacht hat allerdings ich habe mir ein paar videos von den angeguckt ist noch also auf jeden fall technisch sehr begabter spieler aber dem fehlt natürlich hier auch noch die körperlichkeit aber was man so hört ein riesengroßes talent und die eintracht sag ich mal ist immer noch in der situation wenn die vier millionen für jemanden ausgibt dann sieht man da auf jeden fall was ist glaube ich ein krösche transfer ragnarache kommt auch noch zurück stimmt ja also da muss man mal gucken aber den haben wir noch also ein ganz junger spieler der aus amerika kommt da muss man mal gucken inwiefern der dann nächste saison schon überhaupt helfen kann und ragnarache der vollständigkeit halber gucken wir auch mal auf seine stats kommt ja auch wieder zurück ist auch nur verliehen aber ich prophezeie mal ja auch nur zwei tore in der zweiten liga ich glaube das wird nicht reichen für die eintracht behaupte ich jetzt einfach mal schalt gesteckt ab hast du das jetzt hier offiziell bestätigt könnt ihr raus mailen können die pressmittel und könnt ihr raus geben das habe ich habt ihr jetzt hier offiziell von mir gehört punkt was gibt es noch zu sagen habe ich noch irgendwelche punkte die ich sich noch sagen wollte sind es eigentlich schon haben schon wieder überzogen jetzt also ich meine ist ja mein format ich kann auch noch länger machen aber ich möchte mich an der stelle wirklich auch noch mal bedanken an meinen sponsor pepsi ich hoffe euch hat es auch gefallen und vielleicht habt ihr lust dass dann nächstes jahr und zurück runde regelmäßig zu supporten wie wärs einmal die woche so ein stündchen über die eintracht quatschen ich muss sagen für mich ist das eine schöne sache euch hat es hoffentlich auch gefallen und es ist wirklich so viel befreiender endlich mal zu reden ohne in diese gelangweilten gesichter von tobias escher und nils bomhoff zu gucken und die ganzen leute im chat die schon sauer sind dass ich so lange über die eintracht spreche das ist einfach toll ja gäste natürlich das nächste mal würde ich auch mich um gäste bemühen da kann ich natürlich aus meinem großen fundus an eintrachtpersönlichkeiten vielleicht auftrumpfen also das wäre auf jeden fall möglich und mir hat es auf jeden fall richtig viel spaß gemacht wann nächster sge talk steht noch nicht fest jetzt kriegt das ganze auch erst mal pepsi ihr könnt ihr auf jeden fall mal pepsi schreiben sind ja auch in meiner instastory verlinkt dass ihr das geil fandet und dass ihr bock habt das wiederzusehen morgen gibt es auch noch mal was ebenfalls auch von pepsi max beziehungsweise pepsi zero sucker sag ich schon zero sucker ist eigentlich ein guter wir sind zero sucker ähm zero zucker ähm gesponsert morgen gibt es ein fußballquiz um 20.30 Uhr mit den eben angesprochenen nils bomhoff tobias escher und robbie hunke sind bei mir zu gast und ich habe mir tolle fragen überlegt und das ist ich freue mich schon richtig auf dieses quiz wirklich ich liebe ja wie ihr es vielleicht wisst ich liebe ja quiz sendungen sowohl bei mitmachen als auch fragen stellen ich bin ja der erfinder des nerd quiz will nicht angeben aber es ist so ähm und ich habe mir schöne fragen überlegt für die jungs morgen und ich könnte bei den dreien wirklich nicht sagen wer da rausgegangen ist ich weiß natürlich dass nils biblisches fußballwissen hat ich weiß aber auch dass dass robbie hunke ein ähm äh oldschool fußballfan ist der auch äh in unserem alter ist und sich auskennt mit mit vielen alten sowie aktuellen sachen natürlich als äh kommentator und tobias escher muss ja nicht sagen der hat die doppelsechs erfunden also insofern ähm wird das morgen eine runde sache 20.30 auch wieder hier auf dem kanal ähm twitch.tv slash edelive live so ich hoffe euch hat es spaß gemacht mir hat es auf jeden fall riesengroßen spaß gemacht und ich freue mich dann bei der nächsten folge können wir dann mal gucken was sich verändert hat im gegensatz zu dieser ersten folge von den einschätzungen und so aber ähm ja ich finde es cool wenn wenn man also es kann nicht verkehrt sein einmal die woche eine stunde gemütlich über die eintracht zu quatschen vielen dank an pepsi max beziehungsweise pepsi zero zucker ab januar fürs sponsoren von ja im herzen von ede macht's gut im herzen von im herzen von